Hallo, liebe Leute von Spiele-Tipps, hier ist Moritz Bleibtreu, a.k.a. Rico Rodriguez aus Just Cause 3 ab dem 1. Dezember im Handel. Leute, holt es euch, ich denke an euch, wir sehen uns. Hallo, lieber Moritz Bleibtreu, wir sind Onkel Jo und David, die netten Leute von Spiele-Tipps. Wir freuen uns natürlich auch schon ein bisschen auf Just Cause 3. Und natürlich denken wir auch an dich und glauben dir aufs Wort, dass du das gleiche tust. Wir sehen uns. Wahrscheinlich viel zu selten. Wer war das jetzt? Keine Ahnung. Ich hinzu, dass ihr mich nicht wirklich ver пишet habt. nein, wir sehen uns. Wenn es ihr Leute von sollen. Höp, was mit? Vielen Dank. S LOL.